Jo, servus Leute, hier ist Sika. Mal eben mit dem Headset-Mikro, weil es eigentlich nur ein ganz schneller Audio-Log sein soll, gar nicht irgendwie ausgeweitet. Mein Stimm-Mikro, lass ich jetzt einfach nochmal rechts liegen. Ja, man hört, ich bin gerade ein bisschen kaputt. Ich bin auch ein bisschen erkältet, wie man vielleicht an der Stimme hören würde. Aber darum geht es eigentlich gerade gar nicht. Nämlich kurze Sache A, kurzer Checkpoint. Ich habe Dark Souls 2 in zwei Tagen bis Part 14 gespielt. Ich werde schauen, wenn meine Erkältung ein bisschen zurückgang ist, werde ich es weiter aufnehmen. Ansonsten dürfte eigentlich hoffentlich jeden Tag ein bis zwei Parts hochkommen von Dark Souls 2. Das Wichtige von diesem Audio-Log eigentlich, was ich nur ganz kurz ansprechen wollte, wo ihr mir aber auf jeden Fall Rückmeldung geben müsst, wäre, bei mir ist nämlich heute am 24., weil da ist das Release-Date gewesen, Dark Souls Prepare-to-Die-Edition ankommen für den PC. Okay, und da ist die Sache, ob ihr Bock hättet, dass ich das Spiel Let's Play, weil die Sache ist, ansonsten, ich installiere es jetzt gerade nebenher, während ich hier gerade was aufspreche. Die Sache ist ganz einfach. Wenn ihr sagt, ihr braucht kein Let's Play davon haben, dann spiele ich es so, dann spiele ich es einfach so nebenbei. Wenn ich mal Bock drauf habe, kann halt während des Nord-MTS sein und blablabla. Aber wenn ihr sagt, wäre vielleicht ein ganz cooles Let's Play, wäre halt, ich sag mal, ein cooles Spiel. Es ist auf jeden Fall geil, so viel steht fest. Es ist auf jeden Fall auch schwierig, es dauert vermutlich auch lange. Und wenn ihr Bock dran hättet, dann würde ich es auf jeden Fall auch aufnehmen. Müsst ihr jetzt nur sagen, deshalb gebe ich euch jetzt mal so, ich sag mal, drei, vier Tage Zeit und dann schaue ich mal, was die Kommentare sagen. Wenn einige Leute sagen, unbedingt, dann überlege ich mir das. Ansonsten lasse ich es ganz einfach. Ja, das wäre es dann auch schon für diesen Audi-Log. Danke, dass ihr kurz reingehört habt. Läutert rein, bis zum nächsten Mal bei Darksiders oder sonst wo. Tschö, tschö.